Willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Nach dem Spiel Rapid gegen Salzburg werden 2 zu 0 gewonnen und ich darf jetzt einmal das erste Mädchen bitten, sich vorzustellen. Mein Lieblings hat das Fußballspielen. Warum gefällt dir Fußballspielen so gut? Ich weiß nicht. Macht's auch Spaß? Ja. Ich würde gerne spielen Fußball, weil ich sehr viel lernen kann, Fußball zu spielen. Mein Lieblingshobby ist Fußball, weil es mir Spaß macht. Ich kann hier viel lernen und so. Sehr schön. Und wer bist du? Und mir macht gerne Fußballspielen. Sehr gut gemacht. Applaus! Mein Lieblingsspiel ist Fußball. Mein Lieblingsspiel ist Fußball. Mein Lieblingshobby ist Fußballspiel und es Spaß macht. Und ich male ganz gerne. Ich lasse. Mein Lieblingshobby ist lesen und ich mag Fußballspielen. Mein Name ist... Mein Name ist... Mein Name ist... Mein Name ist... Und ich hab... Ich fand Fußball schön, weil es mir immer Spaß macht. Mein Hobbys... Sport und Fußball. Nein! 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 Ich heiße... Ich heiße Mirana. Ich heiße Mirana. Mein Lieblingsbater ist Lira und... Spass, bitte weiter! Ich bin Mirana. Ich bin zehn Jahre alt. Und... Mein Hobby ist Fußball. Mein Lieblingstrainer ist Franz. Nein! Und mein Lieblingshobby ist Fußball und Zeicheln. Mein Lieblingshobby ist Fußball. Mein Lieblingshobby ist Fußball. Und mein Lieblingshobby ist Fußball, weil es mir Spaß macht. Und... Mein Lieblingshobby ist Fußball. Und... Mein Lieblingshobby ist Fußball. Mein Lieblingshobby ist noch... Koffeln. Ja, gut! Mein Lieblingshobby ist Fußball. Weil ich Spaß macht. Und... Weil ich zwei... Fußball... nette Lehrer habe. Und da ist er sauer. Und da ist er in der Kaffel. Natürlich. Die Kaffel. Und da ist... Wann in dem Programm?